Und damit willkommen zurück zu StarCraft II, der Wings of Liberty Kampagne. Im Arsenal... Ne, in der Schissmesser ist hier nichts. Okay, gehen wir mal zur Brücke, bevor wir... ...dass die Kolonisten verseucht sein könnten. Wie können sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protors ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Stedman meint, dass das Labor wieder einsatzbereit ist. Sie sollten mal runtergehen und sich umsehen. So, Stedman meint, er steht ganz kurz vor einem Durchbruch im Labor. Sie sollten mal vorbeigehen und mit ihm reden. Wie sagt er, ist jetzt doppelt gesagt? Wollt eigentlich ins Arsenalfeuer. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Meinhof komme. Wir haben uns damals fast totgeschuftet, um auf diesem Schutthaufen überleben zu können. Und von den Kelmarianern ausgenommen zu werden. Bis wir uns aufgelehnt haben. Verstehst du? Da hat es uns einfach gereicht. Kann ich gut verstehen. Manchmal muss ein Mann einfach für seine Rechte kämpfen. Zum Teufel. Wir waren einfach nur dumm. Im Recht zu sein, hilft einem wenig. Gegen Gausgewehre und Kampfschreiter. So viele sind für nichts gestorben. Wenn du nicht gekommen wärst... Hey, deine Leute haben ihre Freiheit teuer erkauft. Mit ihrem eigenen Blut. Matt und ich waren nur froh, euch helfen zu können. Gern geschehen. Gucken wir uns doch mal, was die... Konsole. Mit den Helions. Doppelflammenwerfer verdoppelt die Breite des Heliumflammenangriffs. Ah, das ist so. Naja. ATVX hat eine Doppelversion des Heliumflammenwerfers entwickelt. Dieses Modell stößt eine doppelt zu breite Flamme aus wie das Original. Helions können um ganze Gruppen von Feinden in sich überlagenden Flammen tauchen. Und Termiträte. Helions verursachen gegen leichte Rüstung und zusätzlich plus 10 Schaden. Dieses Upgrade versteckt die Flamme des Helions mit kleinen Termitfragmenten. Diese Termitfragmente brennen sich sofort durch leichte Rüstung und fügen den Vitalfunktionen des Ziels zusätzlichen Schaden zu. Für eine kleine Investition können ihre Helions zum Gegenstand von Neid und Bewohnerung aller militärischen Organisationen im Sektor werden. Ah, nee, danke. Never, nee, danke. Commander, das kaffee der britische Antifakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Stattner. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Ähm, noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Ja, dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Stattner. Gucken wir uns doch mal hier um. Ein Zerg-Tank. Stimmt, wir haben ja Zerg-Proben gesammelt. Zerg-Mans-Logbuch-Eintrag 2139. Die geborgene Zerg-Probe wächst noch immer. Ich habe eine Protein-Lösung hinzugefügt. War eventuell ein Fehler. Auf zellularer Ebene weist die Probestämme aller uns bekannten Zerg-Kreaturen auf. Weist die Probestämme? Achso, ja gut. Aber auch viele andere Stämme, die mir unbekannt sind. Es wird eine Weile dauern, alle zu untersuchen. Aber ich habe bereits damit begonnen, Daten von einer Ultralisken-Zelle zu extrahieren. Dabei habe ich eine Sporen-Krappler-Zelle gefunden, die Aufschluss über ihre instinktiven Bedrohungserkennungsroutinen gibt. Meine Fresse, was für ein Wort. Achso. War das Artefakt hier in der Mitte. Ich hoffe, dass dem war die Mühe auch wert. Es ist wirklich faszinierend, Commander. Die vorläufige Analyse legt nahe, dass die Energiesignatur dieses Objekts das Zehnfache der Strahlung von bisher katalogisierten Alien-Artefakten imitiert. Prima, Statman. Fang aber bitte nicht an, drin rumzustochern. Bei unserem Glück öffnet sich sonst noch ein schwarzes Loch und verschluckt das ganze Schiff. Meine Güte. Mit deinem derartigen Potenzial hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Alles klar. Ja, Forschungskonsole. Was sagst du uns? Uffs. So. Hier können wir nur eins von beidem machen. Falkenturm bestückt alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz. Wir haben ein automatisiertes Geschütz entwickelt, das nun zur Grundausstattung aller Bunker wird. Dieses Geschütz, das auf unserer Forschung der Sporekrappler beruht, verleiht bemannten Bunkern zusätzlich Vollkraft und macht es unbemannten Bunkern möglich zur Verteidigung der Basis beizutragen. Oder befestigter Bunker. Bunker erhalten 150 Trefferpunkte. Dieses verbesserte Bunker-Design, inspiriert vom Exoskelett der Ultralisten, kriegt dem Dach des Bunkers einen gehaltenen Panzer hinzu. Dieser Panzer erhöht den Schaden, den der Bunker absorbieren kann. Drastisch. Ja, ich denke mal eher der Falkenturm. Damit wir auch einfach mal so eine Grundverteilung haben können. Das Forschungsprojekt verhindert den Forschungsprojekt. Ja, kann es nicht rückgängig machen. Nicht mehr erforschbar. Und ich warte auf das hier. Oh, das ist jetzt nicht so... Weil es auch nützlich ist, ne? Niege WBFs, die benutzt werden müssen. Aber ist egal. Bis dahin dauert es noch etwas. Na dann. Auf zur Brücke und mit den Leuten nochmal reden. Ich arbeite an einem Mittel gegen den Zerg-Virus. Ich hoffe nur, dass meine Leute es nicht brauchen werden. Okay, wow. Ich dachte, da kommt mehr. Kerrigan hat ein paar neue Tricks gelernt. Die Verseuchung auf Meinhof schien besonders... ...virulent. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Sein eigenes Ich zu verlieren. Und sich dabei immer mehr in ein verdammtes Monster zu verwandeln. Wenn auch nur einer von Dr. Hensons Leuten auf Haven infiziert ist. Ich weiß. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Protos nach ihm suchen. Aber ich habe immerhin schon einiges mit dem Protos durchgemacht. Sollte es je so weit kommen, kann ich sie vielleicht beruhigen. Naja, vielleicht. Na dann. Ja, guck mal. Wir haben jetzt nicht Haven zur Auswahl, sondern erstmal die nächste Mission Monolith. Die Jungs von Nobius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens... ...was Monolith gibt. Angeblich wird es von Protos bewacht. Von Fanatikern, die sich Taldarim nennen. Jetzt werde aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Taldarim deine alten Protos-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Wenn zwei sich streiten. Stellen Sie das Xenaga-Artefakt sicher. 110.000 und plus vier Protos-Forschung. Uh. Und wir kriegen die Marodöre. Da ist es, Jimmy. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protos da unten. Vielleicht sollten wir... Was zur... Warnung. Mehrere Zeit, Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung. Aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Hm. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir können schlecht zwei Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protos rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protos von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Laufen wir doch. In zwei sie streiten. Freut sich der dritte. Die Bauern der zweiten Kaserne ermöglichen den gleichzeitigen Baum mehrere Einheiten. Boah. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Danke für diesen Tipp. Nicht genügend Mineralien. Bereit machen, Jungs. Und ein Protos-Relikt. Das ist wahrscheinlich das, was wir als Zusatzsachen kriegen sollen. Aber erstmal brauche ich Mineralien. So wie jedes Mal. Die Zerg sind gegenüber den Streitkräften der Protos stark in der Überraschung. Es ist wahrscheinlich, dass die Protos in Kürze besiegt sein werden. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt hat. Wird schon schief gehen. Warnung. Protos-Hetzer sammeln sich in der Nähe unserer Basis. Empfange Übertragung. Ich habe da was Neues für dich, Cowboy. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Swan. Ach was. Eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure nochmal auf diese Hetzer los. Und guck dir an, was passiert. Ach nö. Nö, nö, nö. Noch nicht. Ah, der kommt automatisch. Panager-Granaten machen extra Schaden gegen gepanzert. Und das ist super. Jetzt können wir auch Marodeure ausbilden. Genauso viel wie... Oh, ne, genauso viel wirklich. Wow. Aber wir sollten hier dann wirklich auf Marodeur-Spam gehen. Sonst hätten wir sie hier nicht bekommen. Ja, ich bin auch schon unterwegs. War doch schon. Der Doktor ist da. Herr Doktor, Herr Doktor. Immer wenn ich meinen Kaffee trinke, piekst es im Auge. Ja, dann nehmen sie doch den scheiß Löffel raus aus der Tasse. Entschuldigt. Cooler Witz. Äh, schlechter Witz. 15 Sekunden können wir die erst holen. Okay. Warte, ich seid ganz schön weit. Ja, aber noch... Ne, ja, so viel haben sie nicht mehr vor sich, ne. Bis hierhin. Warte, fack, ein Bruchstück. Nächstes ist das Cell Naga. Warte, fack, dass sie besorgen sollen. Nicht dem sie es besorgen sollen, dass sie besorgen sollen. Ist ein Unterschied. Dezenter. Die ist einsatzbereit. Dezenter war fein ein Unterschied. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und du jetzt noch halt. Ich brauche nämlich mehr Espingas. Die breiten sich auch mal weiter aus. Oh mein Gott. Ach, auf uns kommen sie auch. Na gut. Trotz, ich mache Dürre. Wie es geht. Nicht genügend Mineralien. Äh, noch 7 plus 4 sind 11. Und das 1 sind 10. Also nochmal eine ganze Reihe davon voll. Wbf einsatzbereit. Wbf einsatzbereit. Ich werde mal mehr ausbilden. Nicht genügend Mineralien. Und dann auch irgendwann eine, noch eine zweite Kaserne. Ich will jetzt hier nicht unbedingt mit Helions ankommen. Wollt ihr auch als leicht, ja. Ich werde nicht unbedingt die sehr großartig bekämpfen. Und die Hetzer machen, ja, nicht so viel extra Schaden gegen den Panzer-Dappen. Aber sie machen extra Schaden gegen den Panzer-Dappen. Alle 1,44 und du machst 1,5. Oh. Kleiner, aber für einen Unterschied. Äh, noch 7. Also noch. Wbf einsatzbereit. Noch einmal ein. Durchgeladen und Säßig. Ach, hier ist auch noch einer. Geht ab. Los, los, los. Vier Stück muss ich davon finden. Ach, der Scheiße. Wbf einsatzbereit. Soll es auszurücken. Wbf einsatzbereit. Wbf einsatzbereit. Wbf einsatzbereit. Zeitverschwendung. Wir hier sitzen, Turmlech um die Ecke. Oh Gott. Ja. Okay, die könnten jetzt so ein bisschen problematisch werden. Mal zurück. Ich brauche eine zweite Kaserne. Und dann brauche ich mal einen Maschinen-Dock. Dankeschön. Dankeschön. Einfach Bescheid geben. Gleich knallst. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Türmchen hier wegkriegen. Wbf einsatzbereit. Immer mit der Ruhe. Die Szene auch als Gepanzerte gewollt. Als Gepanzerte von daher. Sehr schön. Na, kriegst du das kaputt? Sehr schön. Doch, Herr Röthmann. Denn im offenen Kampf haben wir keine Chance gegen die Zerg. Und das weißt du auch. Überlass das denken mir, Tykers. Ich traue sie zu bekämpfen. Das ist da. Ja, ja. Da kommt Türmchen. Kaputt. Da ist das Artefakt. Einfach Bescheid geben. Erweiterung fertiggestellt. Dankeschön. Und die nächsten Artefakte müssten dann auf dem Weg hier sein. Ja, da ist er schon mal das nächste. Und das... Keine Ahnung, wo das letzte dann ist. Irgendwo. Inzwischen. 50 Vespinkras pro... Oh, Alter. Stimmt, die sind teurer. Aber dafür weniger Mineralien. Was jetzt auch nicht wirklich viel ausmacht. Ich sollte schon noch eine Kaserne bauen. Ich bin Marines. Ich könnte doch die holen. Zack, zack. 160. 100 Ubi. Die hat nur 25% mehr, ne? Äh. Als andere. Als die normalen. Feuerfresser, genau. Lassen wir es krachen. Nicht genug Vespinkras. Ja, ist ja gut. Ich weiß, Vespinkras. Man kriegt ja breit es nicht mehr. Ich glaube, da kommt ja ein Angriff auf mich zu. Jeb. Zeit auszurücken. Äh. Das ist ein Pensionsviecher. Gleichknall. Mein Kakeiler hin. Hallo. Äh. Ach, ein Reaktor braucht auch noch Vespinkras. Meine Fresse. Geht mal ja auch nicht. Brauche ich jetzt hier ist... Ich bin jetzt mal drin. Ja, dann gehen wir mal... ...den Weg hier lang. Los, los, los. Und auch mal, dass es mal kein Zeigerangriff ist, wenn es nächste Zeit kommt. Los, gelassen. Los, entsichert. Ja, natürlich. Die Protosangriffen der Zeit. Und wenn man die Pyloten zerstört... ...die da... ...können die Gebäude auch nichts mehr machen. Weil die... ...haben so sozusagen eine Energiefunktion. Die geben Energie in einem gewissen Feld. Und da drinnen... ...kann man nur Gebäude bauen. Die Gebäude werden noch versorgt. Ja, ist weg. Kurz heilen. Zehn Trefferpunkte pro zwei Energie. Ah. Ah, Depos. Dann bauten wir weitere Depos. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Können wir da wieder rangehen. So, und jetzt noch das hier. Ah, ne, das ist aber nicht der Stift. Jetzt sind die nämlich deaktiviert. Das sieht... ...sehr lustig aus. Und Treuepunkt erreicht. Sehr schön. Na? Wir haben jetzt wieder so ein schönes Beispiel. Drei Türme. Äh. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh Gott. Ne, 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 ne. Laden. Gut, das, das, das nehme ich jetzt nicht auf mich hin. Ah. Das, ja. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Ganz, ganz dezent. Sehr schön. Gerade so. Das war echt knapp. Dementsprechend könnte ich aber jetzt auch sagen, ich kann den Bunker bauen. 1, 2, 2, 3, 4. Und mit Durchgang, dass die auch durchkommen, auf jeden Fall. So, jetzt aber. Selbstverständlich. Ah. Ganz schön weit gekommen ist ja. Wann haben sie jetzt? Ah. Fotos Basis. Okay. Da werden sie ein bisschen mehr zu tun haben. abmarschbereit. Wem scheinen machst du? 6. Ne, nicht so viel. Hätte mehr sein können. Geht noch. Los, los, los. Ein paar Reparatur-Hennigste hin. Abhauen und eingreifen. Aber sicher. Und dann. viel lohnt sich schon. So. Das beruhigt euch hier. Sehr schön. Genau das, was ich so wie ich es wollte. Mal rein hier. Mal rein da. Mal gucken, was ich hier oben hab. Als Gegner. Ah. Hab ich schon ein bisschen Angst. Hallo? Mal schon die Plo zu stören. Oh Gott, ich hab das doch jetzt. Ja. Nochmal schön diese scheiß Töner. Die tun echt weh. Und dann nochmal. Ist die Basis hier. Sehr schön. Sehr schön. Bitte mehr von euch. Komm hier, du auch. Ich werde den 3 von denen. Na ja, ich hab. Zeitverschwendung. Durchgeladen. Sag einmal. Worauf soll ich fallen? Oh, sie sind schon. Verweigerung fertiggestellt. Komm on, baby. Lass du nämlich auch noch sterben. Nicht genug, Wispin-Gast. Und das. Los, los, los. Das letzte. Zergang, Mann. Hm. Hält sich ein, die Sachen zu zerstören. Äh, 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 du brauchst hier nicht neu. Ist ja unglaublich. Ist ja selber ausgesperrt. Selbstverständlich. Na dann. Come on, baby. Ich hab Angst. Lassen wir es krachen. Was zur... Gepanzert massiv. Oh. Oh, kann ich... Kann ich dich anlocken? Oh, es geht los. Genau mein Geschmack. Und bis dahin, okay. Kannst kaum noch, Herr Faust. Lass mich hier nicht verraten. Abtauschbereit. Soll es auszurücken. Na? Gleich knallt. Einfach beschallt. Sehr schön. Was ist noch der letzte? Selbstverständlich. Durchgeladen und entsichert. Seid für Schwestern. Der wird noch nicht überhalten. Lassen Sie mich verraten. Wie Sie hier alles alleine machen. Mainz. Bereit machen, Jungs. Jetzt geht's runter. Ich habe ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nichts wie raus hier. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Kerrigan. Unter 15 Minuten und schwer. Oh, nein, 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 Steinwäsche zu verlegen. Ja, genau deswegen bin ich so hin und her gegangen. Damit eben das nicht mehr. Kein Bock mehr auf Outriders, schreibt Raphine. Geh sie so gut, er ist krank. Ich habeisés. Oh, nein, nein. Fuck. Fuck. Nein. Fuck. keys. Seltsam, Sträfling. Ich erinnere mich nicht daran, dir Datenbankzugriff gewährt zu haben. Halte mich nur auf dem laufenden, Captain. Diese Königin der Klingen jagt wohl allmächtig Angst ein. Nicht sehr beeindruckend. Du hast keine Ahnung, wer sie ist, oder, Tykes? Kümmert mich auch ein Scheiß. Aber Jim kümmert es. Sie standen sich nahe. Moment mal. Du meinst, die beiden hatten was miteinander? Offensichtlich war sie etwas anderes, bevor die Zerg sie schnappten und verwandelten. Und Jimmy gibt sich die Schuld. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er machen wird. Sollten wir ihr erneut begegnen. Bei so einer Frau hilft nur eins. Ich habe Tykes dabei ertappt, wie er in unsere Datenbank eindrang und dort noch Informationen über Kerrigan herumsuchte. Ich weiß zwar nicht, welches Spielchen er da spielt, aber wir können ihm offensichtlich nicht vertrauen. Matt, Tykes und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und haben schon oft zusammen in der Scheiße gesteckt. Als uns das Gesetz dann am Wickel hatte, hat er die Sache allein ausgesessen, ohne mich zu verpfeifen. Ich habe eine zweite Chance bekommen und er kam in den Knast. Völlig verständlich, Sir. Aber ich schulde ihm einfach was, Matt. Thema beendet. Jawohl. 47 Minuten später auf der Schiffsmesse. Schön, dass man mal hier reingeschmissen wird. Oh, neue Seitner Hammer Securities. Sehr schön. Aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.